happy birthday to you herzlichen glück wunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute mal wieder mech arena und wettbewerb das ist ffa ok und die erste runde geht los ffa mit mein hangar ist eigentlich nicht so gut eigentlich würde ich hier zu sagen nach der munition nachladen und nein ich habe einmal daneben geschossen normal reicht das ganz genau immer du hast du das war mein kill der hat mir mein kill geklaut dahinten der ist gut nah dran aber ich denke mal der jetzt möchte ich nicht mehr fertig kippen war dann nicht hinter meiner um annau um annau so über ist es ist es ist dann renne ich nach oben mir egal mehr ja ich hab den falschen genommen holy shit der bringt mal hier gar nichts naja man kann es mal probieren los 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 probieren wir es aus oh ja ich wollte gerade abschießen naja wird meine rakete abschießen wo ich habe noch vier kids super ich habe ich nicht so 1 3 4 k 20 acht mensch das war ja mal unterirdisch unterirdisch ich bin schlecht von mir naja schauen wir mal ich bin fünfter fünfter platz was ihm gewesen naja da hätte noch drei kids gefehlt das egal gleich wird es besser bis gleich ok die zweite runde geht los ich hoffe jetzt aber besser die vier kills wirklich das war ärgerlich was schießt denn da oben die saudi was ist denn das hier mein schützschild wo ist denn das hin auch mensch geht ja schon mal sehr gut los bei mir hier ne wer sagt er sagt er sagt okay 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 stecken 2 ok es erst an nein das sind zwei auch mennes kann doch nicht wahr sein Ok, mein Kühl. Oh, schon wieder keine Munition. Da oben. Meiner, 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 meiner. Schnell nachladen. Verstecken. Ok. Nachladen. Schnell wieder verstecken. Ah, das dauert zu lange. Der ist auch so langsam. Nein, keine Munition mehr. Schießt du auf den anderen, nicht auf mich? Meine Güte. Meine, meine, meine Güte. Das war aber wieder knapp gewesen hier. Ich glaube, ich sollte mal mit denen spielen. Obwohl ich gerade hatte auch nichts gebracht. Bei der Runde davor. Drei Goldmedaillen. Eine Quest fertig. Ah, ne. Da war die Treppe. Mit drei Goldmedaillen. Uh. Vielleicht kann ich mir einen neuen Mech kaufen. Hurra. Gut, dann bis gleich. Okay, die Runde drei. Und die letzte Runde für heute. Die ich aufnehmen werde. Ich habe mir übrigens gerade eine neue Waffe gekauft. Aber die habe ich noch nicht eingesetzt. Das war, ich habe erst mal probiere meine... Weil ich erst mal probiere meine... Ich habe mir eine neue Waffe gekauft. Aber ich probiere ja erst noch meine Quest fertig zu machen. Nein, das kann man nicht mehr so sein. Das ist doch... Das ist doch wieder Betrug hier. Immer ein Schuss fehlt. Daher oben ist einer. Okay, da. Gibt es doch nicht einen Antrag, der den Kill kriegt? Da ist ein Longarm. Wenn ich da genug Trambe mache, dann kein Schaden. Hui. Schnell verstecke. Okay, okay, okay. Komm. Da. Ey. Bleib hier. Bleib hier. Das war schnell. Mission. Äh. Ach. Ne. Da fehlt dir wieder ein Schuss. Ein Schuss. Ein Schuss. Schieß. Okay. Meiner. Supi. Ach. Ne. Da war ich es langsam. Ich versuche es noch am Nachbauen. Longarm. Na, rangehen. Da macht er keinen Schaden. Perfekt. Perfekt. Okay. Ich habe kein Schild. Schnell verstecken. Na, brauche ich nicht. Keiner hier. Okay. Nummer eins. Nice. 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 Neun Kills. Subi. Okay. Dann möchte ich mal sagen. Das war wieder ein super Sieg für mich. Mir fehlen noch 9 A-Coins. Dann habe ich die neuen Mech. Und ja. Die neue Waffe werde ich benutzen wahrscheinlich. Wenn ich ähm mit irgendeinem den Erfolg habe mit einer Waffe fertig zu sein. Dann möchte ich sowieso wieder alles neu mischen. Dann kommt auch der neue Mesh wahrscheinlich in Einsatz. Gut. Dann. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen wenn ihr dabei seid. Bis dann wünsche ich euch. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss.